Willkommen zurück zu The Witcher 1. Oh, man, 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 Rita. Aber da unten kommen wir nicht zu The Witcher, oder? Nee, kommen wir nicht. Nehmt das! Die haben wir, oder? Haben wir denn endlich Kills? Ach nee, die hast du, okay. Aber da gibt es noch eine Bohne. Ah, jetzt ist es. Okay. Äh, das war schön, ne? Sag ich mal, so ist es auch schön. Ein Schellschweigern. Aber ich muss trotzdem wieder zurück, weil, auf jeden Fall noch ein paar Läder, ne? Ja, da ist es nicht richtig. Und? Wo waren denn jetzt alle? Ach, da war dann mal da. Haha, meine Güte. Ja, auf jeden Fall auf alle Fälle willkommen zurück zu The Witcher. Und, ich habe gedacht, ich tue mal hier ein bisschen weitermachen halt, ne? Ich habe die Hoffnung. Das ist, was wird hier. Wenn wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Ich habe gedacht, machst du mal weiter rein. Schauen wir mal. Die alten Völker beruht dieses Gebiet. Zwergen, Handwerker und Elfen. Was ist das denn? Da haben wir noch ein Werder hier. Käpf doch mal! Ich empfieh das nicht. Das wird alle... Ja, Mensch. Uh, breit, los! Ah, ja. Obwohl mal ausreißen könnte, ja nicht, ne? Werde euch töten! Hm, ich glaube ich auch bald. Wo greifst du denn denn an? Da stehe ich gar nicht. Ich meine, ein Kind, hey! Hm, das ist doch Wahnsinn. Da sind die Wundbensch immer noch, oder was? Ich bin schon ein bisschen weg, ja. Uh! Wo schlau! Komm her! Vom Zwerg, hau mit auf! Oh, endlich mal einem weniger her, ey! Meine Güte! Ich danke dir, Zwerg! Ich danke dir! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Ich bin da ganz baff worden. 1,6... ... bis 10%. Ist ja anders, oder was? Ist ja anders, oder was? Ist ja auch anders, oder was? Ist ja auch ein bisschen anders. Ist ja auch anders, oder was? Ist ja auch anders, oder was? Ist ja auch ein bisschen anders. Oh, meine Güte. Aber wir sind ja noch einmal halt klarisch, gell? Ist ja immer noch ein paar... ... Leute hier zu killen. Aber gut, ist schon mal gut. Da brauchen wir nochmal Speicherungen. Was auch ganz gut wäre, ist natürlich mal... ... irgendwas... ... ähm... Oh, warte mal... ... zu trinken, denke ich mir mal, ne? So, okay. Also, was zu kennen wollen wir? Ah, was haben wir denn hier? Eine starke Droge. Wuuuuh. Ne, die haben wir aber lieber nicht eine starke Droge, oder? Trinken, was haben wir hier? Was ist dieser? Keine Ahnung. Ah, das ist seltsam, ey. Trinken wir mal, oder was ist denn jetzt? Da trinken wir mal nicht. Warum trinken wir denn mal nicht? Verstehe das gar nicht. Da hinten ist immer noch jemand hier. Na gut, wir können trotzdem mal... ... erst mal um hoch... Oh, ich kriege den Hals hier, Leute. Es ist leid. So. Bin ich wieder bei Wilmitcher 1. Ja, na ja, leider. Ich hab hier mal einen Bech, ne? Ist entweder klingelt... ... oder sonstiges bei mir. Ist ja jetzt nicht... Egal. So. Schleifstein wäre alles schlecht, ne? Erhöht, schwimm ich hier den Schaden. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und, äh... Aber es sind immer noch nicht alle dort hier, ne? Das ist, was ich sagen darf. Ah, ich war schon mal lieber. Aber was auch nicht schlecht war, ist, ähm... ... das hier mal zu essen. Hm? So, okay. Und jetzt hätte man nochmal speichern... ... ne? Dein Speicher-Game, heute. Ein fröhliches Speicher-Game. Fuck, fuck, brauchen wir nicht. Wir brauchen hier, ähm... Guck mal, hier ist Werbung. Scheiße, auch friedliche Koexistenz. Vollig. Uh, ist die Werbung angebrannt, oder was? Die liegt während auf Tempo. Ich finde, sie sucht nicht weiter und nehmt es. Was? 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 Meine Kehle ist trocken. Oh! Weiter geht's! Ich hab gedacht, ich hätte schon gekillt können hier. Sind sie wieder da? Ach, Mensch, da sind sie schon wieder da. Ja, ja, ich weiß deswegen. Alle zu meins hier. Geht. Dann lass die Oma in Ruhe, ich kann nix dazu. Und ich bin doch halt durch. Lebe noch. Ha, lebe noch. Sind noch zwei, glaub ich, ne? So, mal gucken. Der Zwerg, komm, der Zwerg. Zack, du hast wieder eine Aufgabe. Danke. Ich würde freuen, wenn du mitmachst. Es ist so viele Leute hier im Dorf. Ich will da unten noch mal mithelfen, oder? Wie ein Gamer. Ihr seid gerade, unsere Trachte prügelt. Oh! Gut. Die sind doch noch mal. Und weg hier... Biskauf! 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 Uh, eh, okay. Ich hab immer noch warten, aber wenn Scheine und Mistfreie sind, sie sind aufminis. Die werden da gerade weniger die da eh, ja. Na, los! Was lauen sie jetzt ab hier? Ich verstehe jetzt gar nicht. Hä? Guck mal, der ist weg. Äh, ich mein, die anderen sind weg und der bleibt da. Das ist ja cool. Der bleibt aber da. Ich werde euch töten. So, das kann passieren. Ich werde es noch machen. Los, noch mal los. Los, noch mal los. Los, noch mal los. Los, ab. Komm, noch mal los. Ich bin glaub, wir leben haben. Wie sie, ne? Und jetzt hier. Was soll mal gut sein, oder? Alter, so, jetzt abhauen wir da. Hopp, hopp, hopp. Wuuuuh, ist das knapp, Leute, hier. Ist das ein Knabberkampf immer zu. Meine Güte, ey. Alter, ey. Hauen sie wieder ab hier. Das geht ja gar nicht. Wie geht's los? Was? Oh, der andere ist der dritte. Genau, ich würde immer reinigen, das ist ja. Wir müssen hierher nicht. Wie geht's? Gut. Wie geht's? Was? Wie geht's? Dann mach mal weiter hier, Mensch. So, mal. So, Liddy, wo bist du denn hin mit mir? Du musst mal stehen, Mann. So, Liddy, aber raus, komm. Komm. Das ist da auch so lang, ey. Oh, Liddy, ich fühlte es gut von mir. Oh, Leute, komm mal da zuhause, mal hier. Starker Kampf. Den haben wir jetzt. Endlich. So einer war ja noch, glaube ich, am Leben, ne? Sechstisch? Oh, Gott, hey. Oh, was hat denn da schönes? Oh, ist jetzt auch nicht schlecht hier. Das ist natürlich nicht schlecht hier, ey. Was ist denn hier überhaupt? Jetzt haben wir doch einen guten Schaden hier als 6 von 13. Nee, das ist ja geil. Ist ja eigentlich mein Caller abgeblieben. Ach, da ist er. Geil. So, okay. Hier oben ist es noch da, oder was? Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich bin das. So. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay, ich will mal, ähm... Da ist immer noch was rum, oder? Ach so, okay. Oh, ich, also, dann hätte ich ja ganz noch schnell gekillt, den anderen Zittel da vorne. Dass wir mal hier, äh, weiterkommen, ne? So, ist ja immer noch einer am Leben hier, Mensch. Okay, also, da haben wir jetzt schon hier 6 von 13 bis 40 Schildbrecher. Das ist, denke ich, schon ganz gut. Okay. Da war das, ne? Ach, ne, bin ich falsch. Aber hier sind die Überreste. Okay. Ja, manchmal. Da kommt nichts raus. Ich hab da noch einer. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, das sind wir jetzt endlich mal. Oh, Gott. Hier lang, oder was? Oh ja, geil, das passt. Das Krankenhaus des heiligen Mannes. Ah, cool. Haben wir so wenig geschafft, oder was? Danach. Was alle mitgeholfen haben. Alt wie Siema und die Hölle. Mann will ich düster. Hm. Und jetzt ist ganz süß. Ist das, wie mich jetzt hörnei, oder was? Wahrscheinlich besser. Okay, nehmen wir mal immer später aufhören. Puh. Der mickrige sollte es das nicht wert. Hä? Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Zieh euch das mal an. Ich vergeude meine Zeit. Ja. Kann ich jetzt weinen, oder was? Das sind überhaupt die Aufgaben hier, die ich machen soll. Ach, ich denke schon, ey. So, ne prima. Da sind wir ja richtig gut weit gekommen. Ich speichere mal und dann machen wir noch ein Bad. Der mickrige sollte es das nicht wert. Ne, stimmt. Bist du nicht.